Ja, willkommen zurück auf YouTube. Wir schauen mal, was uns hinter dieser Tür erwartet. Ich bin ganz ehrlich. Ich bin ganz ehrlich, ich will hier gar nicht sein. Da kam das raus. Komme ich da jetzt rein? Nee, okay. Okay. Lieber schnell raus hier. Ich hab Gänsehaut. Das stimmt. Das stimmt. Das stimmt. Das ist, was verletzendet in mich mit mir, Gefühle und Lies. I learned from this. I remembered. It nearly touched the essence of my understanding becoming the revelation of truth when they dragged me down the corridor with my shattered bones. When they operated on me to observe the misplacement of my organs. When they put the worst nightmares into my head. When they closed me up, put me together again and revived me over and over to test the limits of my endurance. And when finally, after so many years, they told me my wife was dead. Okay. Das stimmt. Zeil, Zeit, Zeit. Mein Gott, Zeit heilt keine Wunden. Okay, dann gehen wir mal weiter. Das wird sehr spannend. So, gehen wir mal hier lang, mal gucken, was uns hier erwartet. Okay, ist doch keine Höhle, wie ich dachte. Meine ich das nur, oder wird der Sturm immer schlimmer? Hm. Taschenlampe wieder ein bisschen schwächer, oder? Ich mach die mal lieber... Okay, ich mess mich wieder an. Okay, hier kommen wir wieder zurück, also. Ich geh mal einen Schritt schneller. Lalalalala. Taps, 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 taps. So, und da... Und wo kamen wir denn jetzt nochmal? Wir können aber liegen von da, ne, oder? Ich bin mir da gar nicht mehr so sicher. Naja. Ich hab so ein bisschen das Gefühl, wir laufen im Kreis. Ich geh mal hier lang. Da kommen wir ja mal zu einem Sendemast. Was war das denn? Ach, das war der Schatten von den Taschenlampe. Gott. Ja. Okay, kommen wir anscheinend eh nicht weiter, so wie es ausschaut. Okay. Vielleicht sind das auch immer nur so Spots, wo man hinkommt, um halt... Äh, hallo, Frame Raid. Ja, Frame Raid. Schön, dass du da bist. Vielleicht sind das auch einfach nur Spots, die man so absuchen muss, hier, um zu erkunden. Alter. Was war das denn gewesen in der letzten Folge? Dieses Ding. Ich speicher nochmal. Ach, er speichert gar nicht. Das war natürlich auch sehr schön. Ich dachte, wenn man zum Lagerfeuer geht, speichert der. So, wo sind wir jetzt? Äh, okay. Da ist die Brücke. Mhm. Dann werden wir mal zurückgehen. In der Hoffnung, dass die Brücke hält. Zumindest mein Gewicht. Es gibt auch keine Waffen oder so im Spiel. Also, zumindest denke ich mir, das mal. Weil sonst hätten wir, glaube ich, schon welche gefunden. Und man stirbt relativ schnell in dem Spiel. Das, äh, ja, habe ich ja schon eindrucksvoll bewiesen. Zweimal, zweimal, glaube ich, ne? Sind wir, glaube ich, jetzt schon gestorben. Ich will hier gar nicht sein. Ich möchte hier gar nicht sein. Denn ich bin so allein. Ein bisschen erinnert es doch an Slender, muss ich sagen. Was haben wir denn hier? Ach, guck mal an. Ein Zittel. Was war das? Ich habe Fuß, ich habe Fußtritte gehört. Äh. Okay, ich werde es nochmal, Moment, ich werde nochmal, ähm, ich werde es nochmal lesen. Warte, nein, warte mal. So, hier haben wir einen Artikel. Mysteriöse Lichter über den Kosmodrom-Sobodvich. In der Nacht vom 4. auf den 5. Juli wurden mysteriöse Phänomene am Himmel beobachtet. Zeugen sagen aus, sie hätten eine, äh, grellorangene Kugel gesehen, die mehrere Male über die Stadt zog, chaotische Bewegung vollführte und schlagartig ihre Flugrichtung änderte. Schließlich war das Spektakel vorüber und die Kugel verschwand. Äh, Luftfahrtexperten Major, Major, Major Girak. Kein fliegendes Objekt, das wir kennen, ist in der Lage, sich auf dieser Art und Weise zu bewegen. Das Militär und das Personal des Kosmodroms wiegelte unsere Fragen ab, äh, wiegte unsere Fragen ab, distanzierte sich von dem Ereignis und gaben zu Protokoll, dass weder Aktivitäten aufgezeichnet noch Tests durchgeführt werden, äh, worden seien. Mhm. Ja, haben sie versucht, wahrscheinlich irgendwas zu vertuschen oder zu verschleiern, so klingt es zumindest. Laut diesem Zeitungsartikel. Naja. La, 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 la. Aber noch ist es, noch ist es sehr, sehr entspannt, muss ich sagen. Auch wenn, die, auch wenn die Geräuschkulisse, ja, alles andere als entspannt ist. Was ist das denn? Ist das ein Alien? Was ist denn das? Das bewegt sich, ne? Oder? Ist es der Slenderman? Was ist, was ist denn das? Ich, äh, hm, komm ich da rüber? Ne. Alter Schwede. Oh, ein Lagerfeuer. Komm ich hier, komm ich runter ohne zu sterben? Geht das? Hm? Hm? Ein neues Lagerfeuer, sehr schön. Ich bin sehr gespannt, wo wir auf der Karte gleich sind. Hm? Äh, es sieht alles sehr einladend mit aus. Ich geh mal hin. Hui. So, ich schau mal auf die Karte. Wo sind wir denn jetzt hier? Ah, hier waren wir gewesen. Okay, jetzt sind wir hier anscheinend. Da haben wir gerade den Zettel gefunden. Okay. Hier waren wir noch gar nicht gewesen. Da haben wir ja noch genug zu tun. Da haben wir ja noch jede Menge zu tun. Ich weiß gar nicht, wo ich als erstes hingehen soll. Ich werde mal hier lang gehen. In der... Äh, hallo? Okay, hier komme ich gar nicht lang. Dann würde ich sagen, gehen wir mal... Also in die Schlucht, glaube ich, gehen wir auch nicht, ne? Ne. Okay. Dann gehen wir mal hier lang, wo die ganzen Lappen hängen. Oder was auch immer das sein soll. Sehr merkwürdige Symbole im Übrigen. Was die wohl zu bedeuten haben? Und vor allem, wer hängt solche Sachen hin? Was haben wir hier? Ein Totem? Aha. Ist ja interessant. Da unten steht noch so ein Totem-Dingen. Äh. Ähm, warum... Warum fangen die jetzt an zu brennen? Und was sind das für komische... Und warum flattern die jetzt so? Und ich, äh... Äh. Warum fangen die denn jetzt an... Alle zu brennen? Und wieso... Du bist der Auserwählter. Du bist der Auserwählter. The tracks came and went as if someone was playing with me. als ob die victims sich nicht mehr verletzten. Und als ich fast sicher war, dass ich etwas gesehen habe, und ich würde etwas anderes finden, hinter dem nächsten tree, die Straße plötzlich war kalt. Ich hatte keine Ahnung, was zu tun. Finally, ich kam eine kleine Meadow. Dort, ich fand ein Bound Journal, als ob jemand es da auf der Tat zu verlassen. Die Journal standen zu den Mitgliedern der Expeditionen. Sie schreibt ihre Gedanken und Erfahrungen. Note, there were also some obscure entries, probably taken down in the dark concerning the situation they were in. This could shed some new light on the case. I am attaching the journal to this report. We have to control the conduct of the investigation and at a certain point stop the information flow. The facts concerning the incident cannot be made public in any way, shape or form. Mhm. Eine kleine Lichtung. Dort fand ich ein gebundenes Tagebuch, als hätte es jemand absichtlich dort liegen gelassen. Das Tagebuch hatte den Mitgliedern der Expedition gehört. Sie hatten darin ihre Gedanken und Beobachtungen festgehalten. Anmerkung. Es gab auch einige rätselhafte Einträge, die wahrscheinlich im Dunkeln geschrieben worden waren, wenn man bedenkt, in welcher Situation sie sich befanden. Sie könnten neues Licht auf den Fall werfen. Erste Fußnote. Ich lege das Tagebuch diesem Bericht bei. Zweite Fußnote. Wir müssen sorgfältig ermitteln und sicher gehen, dass nichts nach außen dringt. Die Fakten über den Vorfall dürfen auf keinen Fall an die Öffentlichkeit gelangen. Äh. Äh, was? Warum ist das jetzt so... Äh. Ist ja strange. Was ist denn jetzt? War das jetzt ein Bug oder, äh... Das war jetzt mega strange. Also hier ist irgendwie so ein Opferaltar. Wie abgefahren das gerade aussah. Rrrr. Ja, mach wieder lustige Sprüche. Ha. Dieser Mond, ne? Ich, äh, ja. Macht mir ein bisschen Sorgen. Ist wahrscheinlich der Endboss. Jetzt fängt es auch wieder an zu schneien. Alles sehr, sehr mysteriös hier. Und sehr unbekanntes Land von uns. Oder kann es sein, dass es hier vielleicht ein... ein, ein, ein Stamm gibt, der hier lebt? Hier oben aber glaube ich nicht. So, was haben wir denn hier? Die sowjetische Forschungseinheit für Naturphänomene zur Anomalie 0H91. Die ersten Vorfälle ereignen sich 1950 und 1953 in der Gegend von Igarka während der Bauarbeiten für die Polarkreiseisenbahn. Die Arbeiten wurden unterbrochen und die Vorfälle für geheim erklärt. Alle Zeugen wurden wie angeordnet eliminiert. Am 17. Oktober 1950 trat laut Zeugenaussagen westlich von Igarka auf Höhe des Lagers 503 eine unbekannte Energie aus einer unbekannten Quelle aus und verursachte den unmittelbaren Tod von 42 Arbeitern. Die Leichen verdampfen regelrecht und zurückblieben legendlich Schatten. So die Zeugen. Alles geschah plötzlich und schnell. Der nächste Vorfall ereignete sich drei Jahre später am 14. März 1953. Damals waren in dem bereits genannten Lager zwölf Personen von einem plötzlichen Erstarrungseffekt getroffen. Ihre Körper frohren einfach ein. Bei der Untersuchung konnte nur noch ihr Tod festgestellt werden. Die Leichen liegen bis heute intakt in Abteilung 12 des Forschungskomplexes im Seewerks Seewerks So. Das ist ja sehr merkwürdig dass die auf einmal urplötzlich alle erstarren und oder von dieser Licht von dem Lichtphänomen auf einmal urplötzlich zu Staub zerfallen oder nur die Schatten übrig bleiben. Das lässt vermuten dass irgendwie komische Phänomene hier wahrscheinlich die sind die wir auch gesehen haben. Wie? Schön. Ich will hier gar nicht. Huuuah! Vielleicht sollten wir da noch nicht hingehen? Ich weiß es nicht. Alter Verwalter. Hallo Enrico, ich grüße dich auch an dich. Ja. Huiuiuiui. Das war dann Tod Nummer 3, 4? Wo kommt der auf einmal her? Und vor allem, was sind denn das? Vor allem, man kann sie ja auch gar nicht richtig erkennen. Irgendwie die ganzen Gestalten. Sind das vom Körper her menschliche Gestalten? Ich weiß es gar nicht. Ich bin jetzt mal gespannt, wo wir jetzt erwachen und wo wir aufstehen. Ah ja, okay. Können wir denn... Können wir denn hier noch woanders lang laufen? Weil vielleicht sollten wir doch noch nicht da lang gehen. Vielleicht gehen wir mal erstmal hier lang. Weil da möchte ich doch noch nicht hin. Da ist es mir noch etwas zu dunkel. Das, ja. Ich mag keine Dunkelheit. Von dem alleine nachts im Wald. Ja. Die frühtauke Berge, die Zinfalde war. Können kaum noch laufen, denn gestern waren wir saufen. Lalalalala. Tralalalala. Tralalalala. Wo kommen wir denn jetzt hin? Auf jeden Fall ist es hier noch schön hell. Und... Habe ich gerade gesagt, es ist schön hell? Finde ich gut. Ich höre einen Zettel. Ich höre einen Zettel. Ich höre einen Zettel. Ich höre einen Zettel. Aber wo? Der muss hier irgendwo sein. Oder da oben. Oder hier. Hä? Ich seh den nicht. Wo ist der Zettel? Ich will doch nicht zu lange hier rumstehen. Weil ich weiß nicht, was mich hier... Wo ist denn der Zettel hier? Ich höre ihn doch. Das gibt's doch nicht. Ach, hier. Ich gucke immer nur nach oben. Wir sitzen in room number 23. Na, woa, woa. Na, na. Wir sitzen wohl. Entschuldigung. Wir sitzen in room number 23. Although, sitting might not be the right word. Because we are running around trying to finish up packing anything else we could need. Foodcans, tools, essentially whatever we get our hands on. We want to be sure that we took everything we could possibly need. We're running out of time. Dammit, where did I put my belt? I'm sure we forgot about something. We're almost ready. We lost the knife. We're counting the money. We're leaving the room in a complete mess. So, we made it to the train station. We're singing all the songs we know and making up new ones as well. Everyone is so excited. Finally, at around 3am we go to bed. I wonder, what is awaiting us when we get there? What will we see? How far will we make it? I hear the rest of the group breathing peacefully and it's snowing outside. How do we get the best of these environments outside? That's whatCOVID1 calides.